Äh, Thier, da er sei. Was guckst du so scheiße? Guckst du so aufm Klo oder was? Weg von mir. Der Kollege rennt nur um ihn herum. Das ist natürlich super. Und dem war's gar nichts. Bye. Und er läuft mitten durch die Szene. Das ist ja auch was geiles. Oh man, jetzt muss ich mir das hier nochmal mit angucken. Und ich glaube, ich speicher gleich nochmal, falls das nochmal in die Hose geht. Und ja, mich hat ne Mücke gestochen. Drecksding. Wow, meine Augen. Ja, ja, komm, das hat man gerade eben schon. Hey, Vince sent me to pick up the gold master. Gold what? Hey man, there's no gold master here. There's not a gold master within a hundred miles. Vince is just crazy and insane. I never got any gold master and I'm definitely not running off copies, eh? Who said I was running off copies? Some damn liar. Vince never returns my calls. Mr. Hopp, Mr. Desi is on line two. I can't even get a call out of that guy, eh? Mr. Desi is still holding on line one. Or a gold master, which I do not have right here on my desk, nope. Mr. Hopp, Mr. Desi is still holding on lines one, two, three and four. Shall I take a message? Okay, we can do this the fun way. Hey, that's my gold master that I don't have. Give it back. Security! Shit. Put down your gun. I promise I won't kill you, eh? Ah, ja, komm. So, jetzt speichere ich auch nochmal. Geh weg! Wieso stürzt mir das Spiel ständig ab, verdammte Scheiße? Ja, dann, äh... Ja, bis gleich. So, Leute! Da sind wir auch schon wieder. Mal wieder. Ich hab keine Ahnung, wie oft mir das Spiel heute noch abstürzt. Weil da feststeht, dass ich... Wenn es jetzt noch mal abstürzt, ich mal meinen PC neu starte. Vielleicht, weiß ich nicht, hakelt da irgendwo was. Und ich hoffe, wir können jetzt endlich mal hier weitermachen. Und wir waren ja hier bei dem Typen hier stehen geblieben. Geld! Boah! Ich hab überlebt. Deswegen schieße ich jetzt mit Katzen um mich. Deswegen schieße ich jetzt mit Katzen um mich. So! Au! Yes! Wo halt enden das Telefon hin? Das ist die Mission. Gut, Mann. Komm mal rein ins Haus. Wir sind mit den Postal-Babes. Oh! Mit dem Blond für mich. Ich werde sofort hin. BAM! In deinem Gesicht! Da haben wir den komischen Typen ja doch noch Kite gekriegt. Schön! Oh, wir sind wirklich bei Sonntag angelangt. Mensch, das ist... Der letzte Tag hier. Was ist das da für ein Störstreifen eigentlich? Ja, jetzt gibt's Tollgeschlachten! Juhu! Jeha! Ich steh auf den Scheiß. Zombies killen! Juhu! Kommt nur her! And we need to go on! Oh, was haben wir denn hier? Okay, man sollte wirklich hier nur mit Narkam-Waffen rangehen, glaube ich. Dupdi-dupdi-du! Au, verdammt! Wo ist denn mein Hammer jetzt hin? Da ist mein Hammer! Na, und jetzt? So 80 Zombies müssen wir töten! Das schreit doch nach einer Menge Spaß, oder? Aua! Wenn die mich nicht gerade hauen! Und mein Arm juckt! Scheiß Mücke! Ja, and one to grow on! Kopfloser Zombie, der irgendwas aus seinem Hals rotzt! Bist du ekelhaft? Ey, voll gefälligst uns! Hallo? Da, nimm das! Ach, das ist wahrscheinlich der Zombie, dessen Kopf ich hier mit dem Baseballschläger weggeschlagen habe! Scheiße! Scheiße! Ich muss diesen Kopf finden! I must found the head! Aua! Au, verdammte Scheiße! Ihr verdammten Mist-Zombies! Das wird euch noch leid tun! Ey, der sah aus wie mein Arzt! So, ich speichere mal nebenbei! Nicht, dass ich schon wieder gleich neu anfangen muss! Sledgehammer! Batz! Aua! Und der sieht aus wie mein Arzt und dessen Hilfe! Los, komm! 30 hab ich schon! Ich glaube, ich brauche aber ein bisschen Medikit! So ein bisschen Health! Wäre ganz nett! Nimm mal so am Rande vielleicht! Oh man! Ah, das ist wie jeden Sonntag hier bei mir! Äh, hier also! Das muss ich auch jeden Sonntag hier zuhause machen! So eine Zombie-Entrumpelung! Fuck! Scheiße, das ist dieser Scheißer, der dem Kopf fehlt! Im wahrsten Sinne des Wortes! Ich glaube, der dahinter echt steht! Äh, ja, ich muss diesen Kopf finden, Leute! Warte! Wenn nicht, dann muss ich mal gleich ein paar Atomraketen losfeuern! Hallo, Arzt! Tschüss, Arzt! Oh, ich muss mir die ganze Zeit die Rülpser verkneifen! Ist das nicht sein Kopf? Nein, das ist nicht sein Kopf! Bist du irre eigentlich? Ja! Komm schon, 34 Matschhörne! Ih, der sah ja ekelhaft aus! Fast wie meine Nachbarn! So! Ja! Oh, da ruckelt sogar wieder ein bisschen! Ah, daran sehe ich wenigstens, dass ich auch wirklich aufnehme! Jetzt komm hier nicht so nah, Braut! Ey, die kommen sogar schon aus dem Busch raus! Heute ist der erste Tag des Endes deiner Lebens! Also, wenn das nicht eindeutig war, oder Leute? Da, frisst den! Du frisst den! Ich mach euch alle kalt! Ah! Nein, nicht wirklich! Na! Weil ich noch dran denke, was noch alles auf mich zukommt heute! Ich will das Spiel heute in eins durchspielen! Oh, shit! Sie sind in dem fucking Haus? Geh die Arschhörner jetzt runter! Wir müssen noch durch die Army Base und durch das Terroristenlager! Daran kann ich mich noch erinnern hier! Also, die Zombies sind ja wirklich nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt! Oh, sorry! Na, warst du erstmal pinkeln? Ob wie du aussiehst, ist wohl eher kacken! So, 60 Zombies haben wir schon auf dem Gewissen! Die Zombies sind ja hier angeblich irgendwie im Kopf! So, komm, noch 15! Schaffen wir doch locker! Da ist eine Machete! Da ist eine Machete! Und ich bin... Entschuldigung! Ich hab grad die böse Mücke erwischt, die mich hier die ganze Zeit gestochen hat! Dann kann ich wenigstens heute Nacht beruhig schlafen gehen! Sag mal, da ist ein Zombie! Wo hast du denn deine Augen, Kollege? Ja, was machst du denn da? Du redest mit dir selbst oder was? Na also, geht doch! Los! Feuer frei! Immer schön auf die Zombies hauen! Wenn man den... Wenn man den... Wenn man den... Wenn man den Zombies jetzt in der Gitarre in die Hand drückt, machen die dann auch Zombie-Rock-Musik? Ha! Flachwitz! So, ich hoffe, den einen, wo der Kopf gefehlt hat, hat es aus den... Uah! Aus den Socken gehauen! Ja, komm doch her! So! So, hier komm! Den... Ein paar machen wir noch hin mit dem Baseballschläger! Was denn, hä? Wuuu! Ey, die spawnen ja hier! Das ist natürlich auch geil, wenn sie hier einfach spawnen im Busch! Das ist eher geil im Busch! Komm, noch einen! Wobei ich viel mehr als einen höre! Was macht er denn da jetzt? Hat er sich in den Schritt gegriffen? Ja, ja! Dude allein zu Haus! Naja, zu Haus wohl eher relativ! So, ich trinke doch mal der Wein ein Schluckchen Cola! Elefant-Business! Du siehst, du könntest ein paar Dollar für neue Kleine benutzen! Willst du mir ein favorit? Ich werde meine überwählende Urhe um dich zu töten, um dich zu lange genug zu schocken, um eine andere Stimme oder zwei zu schocken. Wie ist das? Ach, ja, es kommt noch die Geschichte! Hier ist das Problem! Ich bin alle aus den sehr populären Elefant-Foot-Wastbaskets. Die Kinder lieben sie! Aber, äh, ich habe einen Tricolum-Bagel, also ich kann sie selbst selbst produzieren, du siehst? Doktors-Order. Aber wenn du in da und ein paar Pachadoimuses für mich schockst, ich gebe dir ein paar Dollar für ein kleines T-Shirt und dir direkt in die Stadt. Und ich gebe dir sogar den guten Qualitäts-Site für frei! Schau mal an das Kraftmannschaft! Sie haben nicht alle solche Detaillungen in Mexiko! Schau mal? Das klingt komplett legal für mich! Schau mal an! Let's go! Time is money! Oh ja, jetzt müssen wir nämlich Elefanten kalt machen! Solche Zombie-Elefanten, glaube ich sogar! Ne, doch nicht! Das sind normale Elefanten! So, Autosaving! 21 Elefantis müssen wir jetzt hier kalt machen! Hier, Benjamin Blümchen! Da kannst du so viel schreien, wie du willst! Okay, die halten jeweils drei Schläge aus und wenn sie jetzt einen toten Kollegen, glaube ich, sehen, dann drehen die durch! Und ich habe es immer so gemacht, dass ich da hinten in diesen Stand reingesprungen bin! So! Na, wo sind sie denn? Nein! Da! Da! Und lass uns mal die Leute rein finden! Ok! Jetzt kommen sie nämlich! Alle! Dich! 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 Deine! Dich! Du! C- Dich! Die! Scheiße, was du...